Der blaue Gesicht, wie diese Wanne, sie zum Schande, dieses liebes jungen Krieg. Sing, mein Gott, die neue Möchte, reiß dich auf, die Himmel des Herzens, reiß dich auf, reiß dich auf, es folgt nun die Rede in deutscher Sprache. Sehr geehrte Geistlichkeit, sehr geehrte Großprioren und Prioren, liebe angelogene Ordenskollegen, Sankt Georg, der Namensgeber unseres Ordens war, bezeugt durch sein Leben und sein Märtyrertod, sowie durch die im Mittelalter um seine Person entstandene Ehrerbietung eine derart herausragende Gestalt des gesamten Christentums, dass es für unseren Ordens gründenden König selbstverständlich war, dass unser Orden den Namen dieses Heiligen trägt. Wer aber war dieser Sankt Georg und wie kann er uns auch heute ein Vorbild sein? Er ist um etwa 270 n. Chr. in Kappadokien als Sohn einer vornehmen Familie geboren worden. Über seine Erziehung wissen wir nicht sehr viel, es ist jedoch gewiss, dass seine gut situierte adelige Familie ihn sehr sorgsam auf ein adeliges Leben vorbereitet hat. Er las in griechischer und lateinischer Sprache die bedeutenden Werke der Antike. Da man ihn für die Militärlaufbahn vorsah, war man auch um seine physische Kondition bemüht. Als Erwachsener war er ein hervorragender Schwertkämpfer. Durch seine offene und freundliche Art, seine vielseitige Bildung und durch seine Kameradschaftlichkeit konnte er sich viele Freunde in Militärkreisen sichern. Durch seine Mutter erhielt er die Gesinnung des christlichen Glaubens, welcher er auch sehr treu und standhaft blieb. Während der Christenverfolgungen stand er tapfer zu seinem Glauben und wurde deswegen im Jahre 303 n. Chr. in Lüder hingerichtet. Bereits im frühen Mittelalter wird seiner Person unter den Schutzheiligen sehr große Ehrerbittung zuteil. Soldatenheiliger wird er im Hochmittelalter. Sein beispielhaftes Leben, sein starker christlicher Glaube und sein Märtyrertum ließen ihn aus den Reinen der Heiligen emporsteigen. Er war nicht nur in vornehmen Kreisen, sondern auch im Umfeld der einfachen Handwerker und Bauern sehr beliebt. Nach dem Ende des Winters trieben die Bauern das Vieh am Tage des heiligen Georg auf die Weide. So wurde er zum Heiligen der Erneuerung und der Wiedergeburt der Natur. Als König Karl Robert von Ungarn im Jahre 1326 den ersten königlichen Ritterorden ins Leben rief, war es selbstverständlich, dass der Orden den Namen St. Georg tragen wird. Sehr geehrte Ritteranwärter! Die Erlangung des Ritterstandes im Zuge der Ritterschlagszeremonie ist keine Auszeichnung und auch keine Belohnung. Die Schmuckurkunde, welche übergeben wird, bedeutet gar nichts, wenn ihr nicht die Berufung verspürt, die euch euer gesamtes Leben lang auszeichnen soll. Die kameradschaftliche Vereinigung der St. Georgsritter kann ihre erhabene Tätigkeit nur dann ausüben, wenn ihr als eine Gemeinschaft zusammenarbeitet und einander helfend und unterstützend zur Seite steht. In unserer heutigen Welt ist die Einheit beispielgebend. Das Ergebnis der geleisteten Arbeit wird hierdurch vervielfacht. Für euren bevorstehenden Dienst wünsche ich euch christliche Geduld, Ausdauer und gute Gesundheit. Vielen Dank!